Ich glaube, das kann er nicht essen, Leute. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin's, Marvin. Ich bin's, Kevin. Und heute gibt es die 1-Biss-Challenge, Teil 2. Die erste Challenge kam ja übertrieben gut bei euch an. Ja, über 2 Millionen Klicks. Hier noch mal eingeblendet. Zu krank, dann dachten wir, warum machen wir nicht in Teil 2, wenn euch das gefällt. Genau. Wenn wir einen dritten Teil davon machen sollen, wie viele Likes? Ich würde mal sagen, wir entspannten 30.000 Likes. Kommt ein dritter Teil davon. Deswegen macht die Likes voll und schreibt euch gerne noch ein Lebensmittel, wie wir mit der 1-Biss-Challenge mal testen sollen. In die Kommentare. Yes. Wie das Ganze funktioniert. Jeder hat dem anderen jetzt ein paar Sachen hier eingekauft. Genau. 5 Sachen. Hast du auch 5 Sachen? Habt ihr auch 5 Sachen? Jeder hat dem anderen 5 Sachen gekauft, die er versuchen muss, mit einem... Appen in den Mund zu nehmen. Genau. Und manchmal sind ja auch vielleicht mehrere Teile, aber die ganze Packung muss dann in den Mund rein. In den Mund. Und die Lippen müssen zu sein, dann zählt alles geschafft. Genau. Und ja, das ist die Challenge. Sehr witzig eigentlich. Sehr witzig mal, ja. Ich bin mal gespannt, was du hast für mich. Dann auch gespannt, was du hast. Ja, wir können direkt anfangen. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnack, schnack. Dann fange ich an, dir was zu geben. Was haben wir denn hier in der Tüte? So, ich würde mal sagen, du tust dir drei Schoko-Hörnchen in den Mund stopfen. Mal schauen, ob du es schaffst. Drei Stück davon. Drei Stück. Drei ist realistisch, weil einer wäre ja zu wenig. Okay. Deswegen drei. Mal gucken, ob du es dann kauen kannst und der Mund zu ist. Okay. Also man muss es nicht unbedingt kauen, es muss in den Mund reinpassen. Ja, muss in den Mund. Du kannst auch reinschieben, verformen. Aber du darfst es nicht beißen. Die Lippen sich schließen, ne? Genau. So, dass du theoretisch mit einem Biss dann essen kannst. Ja, du darfst auch kneten, wie du willst, ne? Okay. Die sind vielleicht dehnbar. Pack die erstmal aus. Genau. Oh shit. Boah, das wird eine Challenge. Ja, drei über drei. Klar, gilt noch. Ich habe mir gedacht, das müsste noch so kratzen gehen. Das wird eine Matscherei jetzt. Drei Schoko-Hörnchen. Mal gucken, wie dehnbar die sind. Okay. Kommt schon die Schokolade raus. Boah, seht ihr das? Boah. Aber schon fett aus, siehst du? Boah. Alter. Aber vielleicht, wenn du es schaust, Respekt, Mann. Ich bin gespannt. Boah, Würgerheit ist da, oder was? Wow, 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 wow. Nicht schlimm, nicht schlimm. Alter. Und kriegst du im Olympischen. Boah, du hast es geschafft. Respekt, Mann. Boah, krass, Digga. Respekt, Mann, hat es gepackt. Okay, ich bin dran. Ich bin gespannt, was machen wir jetzt. Gibt es für einen Teil? Schauen wir mal ins Beutelheim rein hier. Oh, 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 oh. Oh, Digmänner, Leute. Alter, so mini-Digmänner-Packung. Ja. Die ganze Packung? Zehn Stück sind hier drin. Die sind ja richtig, ja, so aufgeschäumt. Die müssten easy reingehen. Zehn Stück, versuch es jetzt mal in den Mund zu kriegen. Kann man ja gut. Denen, sag ich, mach es aber ja. Matschen. Okay, ich versuche es mal. Soll ich hier schon zeigen, oder einfach in den Mund? Ich überlege gerade. Aber man darf auch kauen, so? Nee, nee, kauen nicht. Ach, nur reinschieben? Ja, ja. Nur kauen, erst wenn die Lippen zu hast. Dann darfst du sie. Genau, und vorher darf man sie aber eventuell platt machen. Ja, also nicht jetzt, dass sie überall an deiner Hand, dann muss schon das Meiste drin sein. Ja, klar, klar. Oder im Mund drauf. Ich mach mal los. Ja, eins. Oh. Im Gaumen. Das hat man schon mal gespielt. Zwei. Drei. Ja, das geht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nicht kauen, ne? Neun. Und. Lippen schließen. Geschafft. Ja, das ist ein Schwenk. Jetzt darfst du kauen. So, Mann. Was haben wir hier wieder in der Tüte für dich? Ich würde mal sagen, Digga. Ich bin richtig gespannt, ob du eine Rolle Jojos in deinem Mund befördern kannst, Digga. Sparen wir noch eine, ne? Ja, eine Rolle. Da sind schon einige Kugeln drin. Aber müsste easy machbar sein. Das müsste easy machbar sein. Was sind da eigentlich drin? So um die zwölf, zehn? Neun, ne, neun Jojos. Okay. Boah, hab ich so lange nicht mehr... Der erinnert mich immer voll an die Kindheit. Unnormal, ne? Weil du mochtest sie übertrieben bei mir. Irgendwann konnte ich sie gar nicht mehr sehen. Ich hab so ne Fangung gekauft und dann hab ich immer... Ja. Wollt ihr abgeben? Ich war nie so der krasse Fan davon, obwohl die eigentlich echt lecker sind, aber... Die sind einfach... Die erinnern mich zu alten Zeiten, ja. Übelst an die Kindheit, ne? Ja, Mann. Okay. Aber easy geschafft. Man muss sagen, das Topel hätte niemals reingefasst. Boah, genieß es, Dicke. So. Was haben wir hier feines? Was hat denn eine Würstchen? Oh, Würstchen hier. Würstchen. Gettet, Mann. So, das sind so kleine... Kleine, aber Riesenwürstchen. Ne? Ähm... Machen wir zwei oder eine? Alter. Komm, eine Wurst, das auch mit Quetschen und so, die muss in den Mund. Okay, das ist aber eigentlich machbar, oder? Ist easy machbar. Ich glaub sogar, wenn ich den hier mache, Leute, in zwei. Obwohl... Eins. Oh! Das ist tricky. Okay, geschafft. Krass. Bis jetzt haben wir beide jede Sache geschafft. Schmeckt... Wow! Aha! Oh, wow! Okay, ich würd mal sagen, hier, so ein Fertig-Sandwich musst du dir eine Hälfte mal schön reinpressen, hier. Leute, ganz normal, es ist Hähnchenbrust mit Tomaten. Premium-Sandwich. Wow, wow, wow! Würde ich mal sagen, nimmst du dir mal eins raus und versuchst es reinzubekommen. Eine Hälfte kannst du ja nehmen. Kräftig belegt auf jeden Fall. Boah, ist richtig fett belegt. Ist echt in sich ordentlich Soße drauf. Habe ich eigentlich gar keinen Bock jetzt drauf. Aber das muss einfach mal sein, wie kannst du da immer so viel Soße drauf? Voll die Kalorienbombe. Kannst du es ja knicken? Okay, okay. Ich versuch's. Boah, lass mich. Ich hab mal mit Würgen noch. Ich glaub, das kann er nicht essen, Leute. Boah, scheiß. Ich glaub, es ist hinten ein bisschen drangedrückt, ne? Und dieser Geschmack irgendwie hat es nicht so angeht. Das war alles in Geschmacksrichtung. Creme da oder? Zwiebelisch geschmeckt so. Lauchzwiebel, Creme, Alter. Ja. So. Das nächste, das siehst du hier schon. Eine schöne Pizza. Oh. Aber noch nicht das ganze Ding. Oh, wie geil die aussieht, Leute. Check die mal auf. Mal riechen. Boah. Sagen wir, die Hälfte muss schon sein. Die Hälfte kann man schaffen. Die ist nicht allzu groß. Ich will mich mal, ob das machbar ist. Vielleicht, wenn ich die knicke, mal schauen. Aber die sieht wirklich knackig aus, Alter. Sieht richtig schön kross und knusprig aus. Krass. Richtig geil. Die ganze Hälfte sogar aussuchen. Echt? Sieht sehr gut gleichmäßig aus, aber ich nehme mal diese Hälfte hier. Okay. Okay, die Hälfte jetzt in den Mund. Boah. Ja, darfst einrollen, wie du willst oder sonst was. Das wird jetzt eine Aufgabe. Boah, Alter, schon ein fettes Ding, ne? Boah, die ist noch ein bisschen warm, Alter. Ähm, warum mach ich das jetzt? Okay. Versuch's einfach mal. Ich kann mir nichts ermentieren. Boah, der Rand ist ein bisschen hart. Wird heftig. Ja. Kannst du mal abmachen und nachher noch reinschieben. Ja, okay. Nicht, dass das dann noch anders durchschieben muss. Genau. Genau. Also, das muss ich mir nachher noch reinziehen. Das muss alles noch rein. Okay. Fette Pizze, Alter. Okay, nice. Ja, erst mal alles rein. Er jubelt schon, Alter. Das schwerste kommt noch. Okay. 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 Das zeigen wir uns das Stückchen. Oh, scheiße. Leute, kleiner Cut. Uh, Leute. Alter Schwede. Okay, äh, ja. Du bist dran. Wie viel Sachen hast du noch? Ey, noch eine. Noch eine Sache? Nee, noch zwei. Zwei. Okay. Vollerste Sache, Leute. Und zwar, wir kennen sie alle Toffeefees. Und da sind 24 Stück. Natürlich nicht alle. Es gibt ja, glaube ich, so zwei Reihen. Eine ganze Reihe musst du dir reinziehen. Wir kommen hier mit Sachen an. Ich glaube, du nimmst alle die ganze Reihe. Komm, wir sind auch klein, Leute. 24. Toffeefe. Kennt jeder. Boah. Alle rein. Mal gucken, ob sie reinpassen. Wird eine Mission jetzt, ne? Das ist hardcore. Hä? Ich bin gespannt. Aber... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Okay, das ist jetzt... Zwölf ist jetzt die Hälfte. Aber... Aber... Weiter geht's. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Boah. Achtzehn, Alter. Neunzehn. Komm, jetzt willst du es doch wissen, oder? Alter. Boah. Zwanzig. Einundzwanzig. Alter Schwede. Der hat gar keinen Platz mehr. Zehner auch alle schon in Braun. Zweiundzwanzig, Alter. Zweiundzwanzig, Alter. Boah. Du klatschst dir hier hoch, Alter. Gerade krass, Digga. Komm, du hast das. Kämpfe. Boah. 23. Alter. Niemals. Was geht ab? Und der letzte. Klatsch dir irgendwo rein. Und du kriegst den Mund noch zu. Alter. Boah. Und, und. Komm, komm. Ist eigentlich... Es gilt, Alter. Das ist krass, Digga. Oh mein Gott, Digga. Boah. Ey, Alter. 24 von diesen Dingern. Leute. Nachmachen, wenn ihr das könnt. Spaß. Ey, 24, ey. Du hast ja gar keinen Platz mehr gehabt. Du hast schon durchgezogen, ne? Ey, Respekt. Ey, meine Hälfte dachte schon, okay. Das ist eigentlich schon fast wach. Ich hätte gedacht, ich schaffe es niemals. Aber das Doppelte nochmal. Ey, Leute, dafür Daumen hoch, weil das war eigentlich eine krasse Aktion. Oh, ich habe ja nur noch eine Sache. Oh, 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 oh. Und zwar... Skittles. Skittles. Die sind zwar sehr klein, aber die ganze Packung, wenn ich mal... Die ganze Packung in deinen Mund, Junge. Krank. Könnte machbar sein. Könnte echt machbar sein, weil die sind sehr klein. Warte, einen muss ich mir gönnen. Mmh. Geil. Okay. Okay. Dann schütten wir rein. Boah. Okay, ich werde es gleich mal reinziehen. Und, go. Und? 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 Ja, okay. Komm, die lasse ich gelten. Hauptsache, der Rest geht rein. Alles rein hier, alles rein, alles rein. Okay, okay. Wenn du aber... Mach alles und jetzt versuch die Lippen zu schließen. Scheiße. Scheiße. Okay, aber du... Ich muss sagen, ja, zählen nicht wirklich. Weil viele daneben werden. Jetzt will ich nochmal richtig wissen. Wenn du schon die Toffeeface geschafft hast, dann habe ich jetzt was richtiges für dich. Ich hole es mal, Leute. Okay. Mal hin. Den Käse mit einem bisschen Muskel reinbekommen. Haha. Ein Small, Junge. Das wiegt mehr als der Tisch. Leute, ich zeig euch nochmal. 15 Kilogramm wiegt das gute Ding. Wenn man siegen kann. Da unten rechts. 15 Kilo. Alter. Ich guck mal, ob das überhaupt geht. So, Leute, das war's für Teil 2 von der 1-Biss-Challenge. Yes. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wie gesagt, bei 30.000 Daumen kommt der dritte Teil. Leute, folgt uns auf Instagram. Einmal hier Marfit und hier Calvin Fitty. Foxstar, der drauf im neuesten Stand. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Workshop ab. Ersten Link in der Beschreibung. Gibt es coole Sache. T-Shirts, Shorts, Tanktops, alles am Start. Stimmt auch mal rum. Jetzt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und noch schöne Grüße an Neymar. Neymar 19. Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt habt, müsst ihr uns einfach abonnieren. Direkt wenn ihr auf das Glöckchen klickt. Und dann auf Aktivieren kriegt immer eine neue Nachricht. Wenn ihr ein neues Video hochgeladen habt. Geiler Sitz. Dann schreibt in die Kommentare. Hashtag Glocke aktiv. Und wir sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau. Mit ein bisschen Glück. Wir schieben wieder an und grüßen euch. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.